Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Nein! Nein, mach das zu! Du verschissenes Baby! Another controlled shot. Ja, das bin ich. Ich bin halt auch... Ich bin echt fett. Hey Kinders! Was geht bei euch ja? Willkommen zu Sister Location. Wir haben eben dieses ultrageile Intro verpasst. Verdammt nochmal, Mann. Wenn ich das Spiel neu schadte, es jetzt einfach wächst. Der Macher wurde gefragt, warum er die Puppe so gemacht hat, wie er sie gemacht hat. Und dann sagen sie jetzt, ja, wissen sie, die Fists sind einfach irgendwelche Kinder. Finden sie das gut? Und er sagt, das war so geplant, ja. Ihr seid auf Twitter ja richtig hart abgegangen da mit den Private Dingern. Mach mal Sister Location, das geht gerade voll gut ab. Okay Leute, ich gucke mir das an, aber weh, ich bekomme Angst. Ich habe Angst vor Jumpscares, das ist euch hoffentlich. Ich habe auch Angst vor Jumpscares, aber du kannst mich Handunit nennen. Willkommen, Ex-Venedikt. Ziemlich chillig noch hier so, oder? Wir fahren mit einem Fahrschul irgendwie runter, alles ist schön. Oh, a crime scene. Ist das, ist das a crime? Und warum? Und warum bin ich jetzt alert? Oh, in der ganzen Geschichte? Du kannst jetzt den Elevator öffnen, using that bright, red and obvious button. Muss nicht sein. Ne, Quatsch, komm. Beöffnet es halt mal, die Scheiße. Oh, ist das, ist das Offen jetzt hier, schön, ne? Okay. Okay. Du bist jetzt im Grunde der Grunde. Es ist eigentlich ein Platz zwischen den beiden Rundern. Jetzt, wir beginnen mit deinen täglichen Aufgaben. Okay. Schau mal die Fenster auf der Seite. Dies ist die Ballora Gallery Party Room und Dance Studio, empfiehlt die Kinder zu fit und zu genießen Pizza. Wir schauen die Lichter und sehen, ob Ballora auf der Stelle steht. Schau mal die Blüte auf dem Kabel auf der Seite auf der Seite. Los. Oh, ist das schön. Oh, oh. Es sieht aus wie Ballora nicht fühlt sich zu spielen. Gib sie ein paar Motivation. Press den Red Button jetzt um ein Kontrollen Schock. Vielleicht wird das die Sprache zurück in die Steppe. Okay. Schau mal die Lichter wieder. Oh. Okay. Ballora fühlt sich wieder wie sie selbst. Und wird bereit sein, um morgen zu arbeiten. Jetzt, die Fenster auf der Seite. Das ist die Fun-Time Auditorium. Wo Fun-Time Foxy empfiehlt die Kinder zu spielen und zu spielen. Versuch die Lichter. Schau mal die Lichter. Mal sehen, was Fun-Time Foxy steht. Na, schauen wir mal. Nicht wahr? Vielleicht ist er ja gerade am Keulen. Oh, er ist nicht da. Looks like Fun-Time Foxy is taking the day off. Let's motivate Fun-Time Foxy with a controlled shock. Okay. Schau mal die Lichter, oder? Let's try another controlled shock. Ah. Looks like Fun-Time Foxy is in perfect working order. Great job. In front of you is another Vent-Shaft. Crawl through it to reach the Circus Gallery Control Module. Gut, dann gehen wir mal da unten durch. Ich finde diese Gesichter echt eklig da. Diese... Immer diese Kletterei. Also das finde ich jetzt schon wieder zu viel, ne? Ich hab Angst. Es kann gut sein, dass ich bei einem Jumpscare irgendwie alles wegschlag. Ich hab schon lange keinen Jumpscare mehr hinter mir. So in richtigen... Ah! Motion Trigger. Circus Gallery Event. Nein. Wir haben einen Trigger ausgelöst. Im Gallery Event. Sie wissen, dass wir hier sind. On the other side of the glass is Circus Baby's Auditorium. Let's check the light and see what Baby is up to. Baby. Babys sind doch die ekligsten Figuren, die es gibt auch in Horrorfilmen. Babys und Kinder. Looks like a few of the lights are out, but we can fix that later. Let's encourage Baby to cheer up with a controlled shark. Okay. Baby, geht's dir gut? Oh fuck. Let's try another controlled shark. Another controlled shark. Hallo? Baby? Oh nein! Let's try another controlled shark. Okay. Jetzt ist es aber hoffentlich gut. Alle guten Dinge sind drei, wie man so schön sagt. Oh, fick doch die Wurst, ey. Great job Circus Baby. We knew we could count on you. That concludes your duties for your first night on the job. We don't want you to leave overwhelmed. Otherwise you might not come back. Please leave using the vent behind you. And we'll see you again tomorrow. END BHAB BHAB ENJOY SOME TIME AT HOME! Oh You need to be part of your son's life I'm an old man Clara I can't be a father Well then at least pay your child support you deadbeat Will Vlad and his distressed mistress find common ground? Tune in next time Die Lampe, Leute? Hat er die Lampe erkannt? Sieht aus wie die Lampen aus Fallout Ihr wisst schon! Äh Lampen? Was laber ich hier? Die Uhr! Geht jetzt weiter Ist mir egal, ich hab keine Angst, ich bin ein Mann Hallo Willkommen zurück zum nächsten Mal von intellektuellen Stimulation Entscheidungen der Karriere und Selbstreflexion auf die Vergangenheit Wir sind engagiert, um zu entwickeln eine unigere und erfüllende Erfahrung Eine Rolle von diesem Motivation ist, dass du dich nicht fühlst von der Sprache, die du gerade hörst. Okay Using den Knopf unten, bitte wähle eine neue Sprache. Für Männer, press 1 Für Frauen, press 2 Für Texte nur, press 3 Für andere Optionen, press 4 Es ist schon echt einfach, die zwei zu treffen Es scheint, dass du ein Problem mit dem Knopf gehabt hast. Ich sehe, was du versuchen, zu schreiben, und ich werde es für dich automatisch korrektieren. Danke, dass du wählst. Ängstetien Und jetzt? Hallo? Hör mal auf jetzt Let's have a dance Nein Oh, nacht 2 Sagst du jetzt mal was? Ängstetien Der Elevator stoppt Und du kennst die Routine Du kannst jetzt raus, oder Whatever Ich wollte aber jemanden Ich wollte jemanden, der voll enthusiastisch ist So Funny Story A dead body was found in this vent once Okay So Not that funny, but It's a story Okay Let's start with your nightly chores You should check on Ballora, and make sure she's on her stage, but Whatever Ist ja schon gut, das mach ich mal ganz locker Ist sie da? Huh I guess Ballora has better things to do Let's zapper Let's zapper Super Ballora, na? Wie's Oh oh Die regt sich da gerade ultramäßig auf, oder? Oder ist das der Kollege, der nicht mehr erzählen kann Let's check on Funtime Foxy Make sure he's ready for Showtime tomorrow War's das hier schon? Okay, gut Great 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 There seems to have been a problem with the voice synthesizer Default settings have been restored Please proceed through the vent ahead of you to Circus Baby's Auditorium Aber die waren auch gar nicht richtig da, oder? Das waren nur die Schatten Das andere hat mich angekotzt Was ist hier los? Super Ich werd gleich gebumst Ich werd gleich gebumst Nein, 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 nein Motion Trigger Circus Gallery Vent Ja, das bin ich Ich bin halt auch, ich bin echt fett Circus Baby Circus Baby hatte heute eine schwierige Tag Let's check the light And make sure she's in proper working order Okay, aber jetzt will ich's doch mal sehen Oh Circus Baby, we aren't here to play hide and seek Let's encourage Baby to come out of hiding With a controlled shock Okay, kann ich jetzt bitte mal das Baby sehen? Oh Let's try another controlled shock Der hat es kaputt gemacht There seems to be a power malfunction that is affecting our ability to properly motivate Baby Please stand by while I reboot the system I will be offline momentarily during this process Various other systems may be offline as well Such as security doors, vet locks, and oxygen Commencing system restart Ähm Dude Vielleicht Vielleicht Motion Trigger Entryway Vent Funtime Monitorium Maintenance Vent Opened Oh Belor Gallery Maintenance Vent Opened Hä? Kann ich irgendwas machen? Ich werd gebumst Ich werd kaputt gebumst I don't recognize you You are new Oh I remember this scenario However It's a strange thing to want to do To come here I'm curious what events would lead a person to want to spend their nights in a place like this Willingly Maybe curiosity Maybe ignorance There is a space under the desk Someone before you crafted it into a hiding place and it worked for him I recommend that you hurry though You will be safe there Just try not to make eye contact Okay It will be over soon They will lose interest Kann ich jetzt Ja Ich versteck mich jetzt Under the desk Grab here Click and drag Was Was mach ich jetzt Was mach ich denn hier gerade Ich mach das zu gerade Okay alles klar Oh Gott ich scheiß mich so ein ey Nein Hier arbeitet doch keiner freiwillig Ich Wahrscheinlich guckt es jetzt irgendwo rein Wahrscheinlich guckt es jetzt irgendwo rein Nein Ich bin silent Silence Oh Junge Oh Junge Junge Scheiß Ver- Geh weg von meiner Wand Und Die hab ich gebaut Verpiss dich Ich mein die hab ich zugemacht Na bist du schon weg Ja Was Haben wir doch jetzt für Apparat Wie sieht das aus Haben wir jetzt schon gewonnen oder Äh Nein 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 Ah Fuck Oh mein Gott Leck mich am Arsch Mann Hab ich mich erschreckt Ich dachte das geht erst ganz auf Und dann sie kommt jetzt auf mich zu Und ich kann es wieder zu machen Und das schreit mich einfach an Ah Ist das geil man Das ist richtig edel das Spiel Aber ich will es auch durchspielen Also von daher ähm Bin ich auch ein Profi ne Okay komm jetzt aber Zumachen Und das bleibt jetzt zu Das bleibt jetzt schön zu mein Sohn Geh doch einfach zu deiner Mutter Zutzel so ein bisschen an ihren Prallen Brüsten Und leg dich dann schlafen Warum musst du jetzt hier bei mir Ich hab nichts wo du dran zutzeln kannst Also schon aber Das wäre ganz schön echt Pervers und sowas wäsch So knastmäßig pervers Okay Also Baby auf nach Hause Ich hoge einfach hier oben diese Diese Wand an Und bin Glücklich dass mich hier nichts anschaut Stell euch vor man hockt da drin Und steckt ein Finger raus Oh Gott das wird einfach Nein Hör sofort auf hier rum zu machen Nein Es wird nicht hier rum Baby Nein Nein Wir machen nicht auf Das bleibt jetzt zu Nein Nein Bleib doch zu Komm schon Warum wir so nicht Tja Was sagst du dazu Du fette Bitch Brauchst du wohl einen Treppenlift Aha Hatts gedacht das kann mich ficken Ne Es könnte mich ficken hat's gemeint Frechheit ist das Frechheit Geh auf zu rufen Ich hab mich schon längst versteckt Je nach Hause zu deinem Vater Nein Nooo Ich bin tot Ich bin tot Ich bin tot Nein Nein mach das zu Du verschissenes Baby Nein Fuck Scheiße Nein Fick mich gleich so kaputt Mach die Mach die Scheiße zu Komm schon Ich bin tot Okay ich krieg schon den roten Kopf Aber ähm Ja Das ist jetzt gut Du gehst jetzt nach Hause Ey wie das macht Ich hab hier das Ding im Blick Fräulein Die Kante hab ich im Blick Mann Und wenn du dir den Finger reinschläckst Beiß ich ihn dir ab Wenn du dir den Finger reinschläckst Wenn du dein Geist zurückkommt Er wird dir sagen, dass er nicht erfolgreich war dass du das System manuell zu starten musst Er wird dann dir sagen, dass du Oh 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 Ballora will not return to her stage anymore Ballora will not return to her stage anymore She will catch you The power will be restored shortly When you crawl through Ballora gallery Go slowly She cannot see you And can only listen for your movement When you hear her music become louder She is growing near Listening for you Wait And be still Super Thank you for your patience It seems that the power system cannot be restarted automatically You will need to restart the power system manually Please return to the primary control module Wenn ich jetzt hier aufmach Und mich das Baby Richtig krass von hinten nimmt Will ich nichts hören Wir gehen langsam Achso ich muss ja durch den Vent bei ihr Achso ich muss ja durch den Vent bei ihr Achso ich muss ja durch den Vent bei ihr Achso ich muss ja durch den Vent bei ihr Achso ich muss ja durch den Vent bei ihr Und reach the other side as fast as possible As to not disturb Ballora I will deactivate myself momentarily As to not create an auditory disturbance Deactivating Nix Scheiße da war es grad Oh Gott Okay Komm Hopp Geh Ist das weit weg? Guck mal es kommt einem voll Es ist ja wie ein Traum Auf Komm Es scheint Du hast einen langen Zeit Bitte proceed As quickly and as quietly as possible Danke dass du hier voll reinschreist Du Gebrüht einer Mutter Fuck Ich bin tot Ballarina können wir nicht vielleicht was aushandeln? Sie kommt! Oh Gott Oh geh doch einfach weg Okay Ballerina Bitte Dance einfach vorbei Gut Gut Ach du Scheiße man ich hab so Schiss Ich hab so Schiss Komm Okay ich weiß nicht mehr Sie kommt Die Tür ist so weit weg Gleich kommt sie Oh Gott Nein Ballerina ich hab nichts gemacht Ich schwörs Aber ich hab deine Mutter gefickt Geh weg Ballerina bitte Nein 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 Ballerini please Don't kill me okay I have kids Ich hab keine Kinder du dumme Schlampe Oh Motion trigger Breaker room You may now interface with the breaker control box Yep Using the interface may disrupt nearby electronics If you feel you are in danger Feel free to disconnect the interface temporarily Until it is safe to reconnect Press base to play Well Calm down and go back to sleep No one is here Okay Was soll ich jetzt machen? Back to your stage Everything is okay Woah Hohe Stage Level Geh zurück an die Ich bin hier ne oder? Vielleicht können wir hier irgendwas Oh Guck mal wie sie mich hassen Die hassen mich schon voll Ich hab hier ist irgendjemand Da steht er doch schon wieder Komm schon Nein Oh Gott Oh Oh Guck wie er da steht Ich geh kurz weg Aber dann fick ich dich Ich muss jetzt eins durchziehen Ich muss jetzt einfach eins durchziehen Ich muss jetzt einfach eins durchziehen Fuck man Tja Let's go back to sleep Dachst du du kannst mich ficken Woah Auf das ist schon echt eklig oder? Ich mein irgendwie hab ich hier gar keine Chance Nein Nein Komm Hab ich es geschafft? Ja Das finde ich schon echt krass hier Die ganze Komm Der ist wichtig der Raum Fuck Ich drücke einfach nicht drauf Bitte bitte Nein 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 Was war das? Wer labert von denen so komisch? Okay warte ich hau noch so ein Audio rein und jetzt Komm Oh Gott Fick dich an Ich war doch grad so gut Und dann kommt der Leute auf jeden Fall einen Daumen nach oben wenn es euch gefallen hat Ja dann hau ich einfach nochmal eine zweite Folge raus Dann mach ich alles durch Bis dann Kinders